Hallo und herzlich willkommen meinem Kaffeelehrer. Schön, dass du meinen Kanal gefunden hast. Vielleicht bist du ja genauso kaffeeverrückt wie ich oder aber du hast durch Zufall oder bei einer Empfehlung den Kanal gefunden. Warum der Kaffeelehrer, wirst du dich vielleicht fragen. Ja, das liegt daran, ich habe vor einigen Jahren meine Leidenschaft für Kaffee gefunden und möchte diese gerne mit euch teilen. Das Besondere daran ist, ich möchte nicht wie viele andere Mitbewerber bei YouTube das Ganze in einer sterilen Atmosphäre machen, sondern einfach in ganz ungewöhnlichen oder alltäglichen Situationen. Das heißt vielleicht in der Küche, vielleicht aber auch unterwegs, on Tour, je nachdem was da gerade bei rumkommt. Und ich möchte Produkte vorstellen, möchte euch mitnehmen in meiner kleinen Kaffeewelt, möchte Röstereien vorstellen, die ich für ganz besonders toll erachte, möchte euch neue Zubereitungsmethoden vorstellen, Kaffeemaschinen, Siebträger, all das, was so auf dem Markt gerade passiert und lade euch ein, mir zu folgen. Vielleicht haben wir zusammen eine schöne Zeit. Ich bin natürlich als Neuling, der ich ja hier bin, offen für Verbesserungsvorschläge, aber für Kritik und freue mich, dass ihr an meiner kleinen Reise teilnehmt. Das Ganze ist poweredbyenjoy.de, dort gibt es die Kaffeewelten. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, da vorbeizuschauen und ich wünsche euch alles Gute, euer Kaffeelehrer.